Oh, die sterben hier am laufenden Band. Okay, von hinten kam der. Den hole ich mir. Heyo, was geht? Ich spiele heute mal Titanfall. Und zwar Last Titan Standing auf der Karte. Lass mich kurz anlegen. Ich glaube, es ist Nexus. Kann gut möglich sein. Ich bin in der Runde reingejoint. Die Gegner haben schon zwei Punkte. Wir einen. Und ja, dann versuchen wir jetzt einfach mal noch die Runde zu gewinnen. Ich hatte gerade eben schon eine Aufnahme. Die hießen wir dann aber irgendwie. Hatte ich einen Fehler. Und deswegen muss ich das Ganze nochmal aufnehmen. Leider habe ich Zeitgründe. Habe ich Zeitprobleme. Und deswegen eine etwas kürzere Folge. Da hat er sein Schutzschild gut hingesetzt. Und da kommen wir glaube ich gar nicht durch. Das finde ich doof. Okay. Gucken wir jetzt einfach mal hier so. Darüber. Nein, da ist keiner. Und dann geht's weiter. Den habe ich gut erwischt. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden diese Kantenkando macht. Bestimmt nicht ohne. Oh, kacke. Oh, kacke. Jetzt ist mein... Der Plasma Raygun. Von da oben hat auch wer geschossen. Oh, ne. Ja, KMP. Super. Aber ich habe mir auch schon schön Schaden gemacht. Aber er hat mich einfach von unten gesehen. Und somit habe ich die erste Runde schon mal richtig verkackt. Ich hoffe doch mal... Wir machen jetzt den Punkt. Und dann steht es erst mal 2-2. So, so, so. Der schafft das bestimmt. Ich fache drauf den. Der hat mir aber schon... Na, scheiße. Viel Schaden gemacht. Ich habe ihn gesehen. Und bin da... Dann da trotzdem rum. Da sieht man mal, wie viel diese... Das Elektrofeuer... Äh, Elektrogewehr für... Äh, einen für den Schaden macht. Ich habe doch schon... Ein Viertel meines Lebens. Habe ich abgezogen bekommen. Ist blöd. Aber dafür braucht man auch eine... Gifelsitzzeit zum Anvisieren und so. Und deswegen... Ist das auch wieder gerechtfertigt. Wäre das der Archer mit... Automatischem Anvisieren... Mit Anvisieren und... Dann Abschuss. Und dann trotzdem noch so viel Schaden. Dann wäre es ein bisschen... Zu OP. Würde ich mal sagen. Ähm... Die haben noch zwei Titans. Wir haben... Das Doppelte. Also vier. Ich denke, das schaffen wir. Werden wir uns nicht allzu doof anstellen. Weiß ich ja nicht, wie die Leute so... Ticken. So. Game Rock und... Äh... Greedle... Larks... Auf einen Titan dahinter. Den zerstören. Wäre mal interessant. So, und es sind Spektre da rum. Um die kümmert er sich jetzt noch. Haha. Nein, er soll sich um die Titans kümmern. Ist ja nur noch einer und... Den soll er jetzt vernichten. So. So dritt treffen sie sich. Laufen hier rum und... Da hinten. Okay, da ist der Titan hinter dir. Nein, jetzt läuft er wieder zurück. War da nicht der... Da steht doch der Titan. Guck mal, ob der den... Da hinten sieht. War das kein... Ist das kein Titan da hinten? Oder auf wen schießen die da? Ja, okay. Wir haben eh gewonnen nach der Zeit. Und deswegen... Ja, Runde gewonnen. 2-2 steht's. Also kann man doch ordentlich hier mal Punkte machen, würde ich mal sagen. So. Okay. Titan. Neuer Titan. Neues Glück, würde ich mal... Sag ich mal so. Und dann... Ja. Schade eigentlich, dass es nur einen Titan gibt. Also für mich als King. Äh, sollte es ja mehr geben. Nein. Okay. Laufen wir dem, äh... Doha... 173 einfach mal hinterher. Okay, da haben wir erstmal... Da ist der mit der Plasma Raygun. So, okay. Nachladen. Solange jetzt hier... Keiner irgendwie... So, okay. Der macht schon Schaden. Oh. Die sterben hier am laufenden Band. Okay, von hinten kam der. Den hole ich mir. Oh, yeah. Okay, nein. Gegner eliminiert. Bitte, bitte. Okay, kein Schaden gemacht. Joa, ich hab schon mitgeholfen. Oder ich hab... 2 Titans zerstört. Oder? Ne, 1 Titan kill. Alle 1 hab ich totgeweiht. Oder hab dazu beigetragen, eher gesagt. So. So. Die ganzen Spektren, die müssen getötet werden. Dann gehen wir hier mal weiter. Wo ist der letzte Titan? Der ist da hinten bestimmt irgendwo. Steht er wieder da hinten? Wenn das überhaupt ein Titan war. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Auf jeden Fall kann ich gleich den... Ähm... Weiß jetzt nicht, wie es heißt hier. Die Spezialfähigkeit aktivieren. Ne, da steht er nicht. Okay, Runde gewonnen. Wenn man da oben nur sieht, wie gut man Titan gehalten hat. Ja, ich hab mich gut zurückgehalten und hab richtig schön zerstört. Und dann geht es auch weiter. Ähm, da kann ich nichts einsetzen. Wäre natürlich besser, wenn man so ein... Äh... Schild hätte. Äh, dass man durch Wände gucken kann. So eine Burncard. Die wäre natürlich jetzt optimal. Würde ich mal sagen. Gehen wir jetzt hier weiter. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich... Bekomme ich hier wieder... Okay. Nein. Okay, Schilde generieren. Okay, perfekt. Woher schießen die denn? Oh. So. Ja, da hab ich jetzt schon mal... Bisschen... Bekomme Titan Assist. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal etwas. So. Du hast assist beim Kill. So, nachladen. Und dann holen wir uns den da hinten mal. So, los. Holen wir. Okay. Ich hab sogar zwei eliminiert. Geld. Geld ist das denn? So, da hinten ist Kontakt. Und da haben wir schon den Sieg. Damit haben wir schon gewonnen. Geil. Damit denke ich auch. Etwas kürzere Folge. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Dann sehen wir uns einfach... Jo, ist doch ganz gut, die KD. Nicht beim Thema Denken, sondern beim nächsten Mal wieder. Und dann, äh, tschüss.